Vielen Dank für die Einladung, Herr Thiel. Und meine Damen und Herren, ich bin froh, dass ich diesen Vortrag halten kann. Mein Name ist Hazel Littlejohn und ich bin seit dem 1. Mai 2015, also sechs Wochen im Amt, als Geschäftsführer von EBA Clearing. EBA Clearing, was Sie angesprochen haben, Herr Otto, ist EBA Association ein bisschen. Und EBA Clearing können wir auch in der Pause das erklären. Aber was wir heute dann erläutern werden, ist das EBA Clearing Company. EBA Clearing Company ist ein pan-europäischen Zahlungsverkehrsdienstleister und Betreiber des Interbankensystems Euro 1 und Step 2. Über die nächsten Minuten werde ich dann einen Vortrag halten über die verschiedenen Ansätze im Clearing-Bereich von Massenzahlungen. und ich werde auch dann ein bisschen über zentral, bilateral und dezentral einen Beitrag leisten. Also, gut. Das war die Agenda, kann ich dann überspringen, ein paar Sekunden dann sparen. Was ist Step 2? Step 2 ist unsere pan-europäische Plattform für Seelbezahlungen. Es bietet dann 100% Erreichbarkeit von SEPA an. Es besteht aus zwei Hauptgrundsteinen, SCT und SDD. SCT wurde in 2008 in Betrieb genommen, für Credit Transfers und SDD in 2009. Wir bieten auch andere Services an, wie schon heute erwähnt, die SCT in Deutschland vor allem. Und das haben wir in Zusammenarbeit mit der Bundesbank dann gemacht. Und das erwarten wir auch, dass es ein großer Erfolg sein wird. Also, die Idee ist, dass die SEPA Credit Transfers und SEPA Direct Debit als pan-europäischen Automated Clearinghouse konzipiert wurden. Also, sogenannte PEACH. Und es ist eine Plattform, wo alle Banken, die sie SCT oder SDD anbieten, erreichbar sind. Es ist auch zu erwähnen, dass wir das als EBA Clearing Company nicht alleine geschafft haben. Wir haben das mit den Banken zusammen gemacht, also kreiert. Und wir sind auch von unseren 60 Shareholders getrieben. Wir machen, was die wollen. Wir sind auch not for profit in dem Sinn. Ein grundlegendes Fundament von uns ist SIPS Compliance. Wir sind einer von zwei Euro-Massenzahlungssystemen in Europa, die als systemkritisch ernannt wurden. Und wir sind daran momentan zurzeit, also diese Umsetzung, die gewachsene Anforderungen umzusetzen. Es gehört auch zu unserem Tagesbrot, also Performance, Resilience, Functionality und sowas. Und das werden Sie am nächsten in Zahlen sehen. Zuerst nun über unsere Erreichbarkeit, so wie erwähnt. Also wir haben 100% Erreichbarkeit, das heißt, die, die SCT Adherence Agreement unterschrieben haben. Das sind momentan etwa 4812 Banken ungefähr in Europa. Und die Hälfte, ungefähr knapp die Hälfte, sind in Deutschland zu finden. Und ja, zudem, dass das reicht. Wie ist es gelaufen? Hier sehen Sie die Entwicklung unserer Zahlen mit dem steilen Anstieg im Februar 2014. Wir haben das System also so gebaut, dass es auch noch mehr verarbeiten kann. Aber wir sind sehr froh auf diese Entwicklung. Und wie man sehen kann und daraus lesen kann, dass die ab Februar 2014 sind wir auf etwa durchschnittliche 35 Millionen Transaktionen pro Tag. Ein bisschen mehr SDD als SCT. Und das läuft stabil. Wie Sie auch hier sehen können, dass seit April dieses Jahres sind wir mit SCC live gegangen. Und das ist ganz am Anfang. Aber wir erwarten in den nächsten Monaten, dass das wachsen wird. Und dass in 2016 noch etwa 8 Millionen Transaktionen pro Tag durchschnittlich kommen werden. Zu den Kosten, Kosteneffizienz, Kosteneffizienz. Also mit diesem Volumen kann man dann einen Skaleneffekt sehen. Also als wir angefangen haben, hat es ein bisschen mehr gekostet. Aber die Kostenfallen steigen also stetig. Und wie man herauslesen kann, dass die Kurve sehr gut aussieht. Und wir erwarten, dass das in 2015 dann so weiter fallen kann. Zu Deutschland. Step two in Deutschland. Also davon profitieren natürlich auch unsere deutschen Teilnehmer. Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Wie Sie sehen können, also ein sehr hoher Anteil unseres Systems ist durch Deutschland getrieben. Also in SCT etwa 55% und in SDD etwa 65% momentan alle Transaktionen pro Monat. Und was auch hier zu erwähnen ist, das Core 1, das ist ein sehr beliebtes Zahlungsinstrument in Deutschland. Und wir haben auch dann hier zeigen können, nicht nur in Deutschland, aber in ganz Europa, was das ausmacht. Etwa 11,2%. Ich werde zu diesem Thema Bulk versus Batch, also das Grün und Blau unten, werde ich zukommen. Also zur heutigen Agenda, soviel zu den Grundbausteinen der Step 2-Plattform, Step 2, und zur Entwicklung. Aber im folgenden Kapitel werden Sie dann unter anderem erfahren, warum eine zentrale Plattform in einem Markt erfolgreich werden könnte, und der das bilaterale Clearing optimiert und den Begriff Garagenclearing dafür geprägt hat. Also ein Begriff und ein Modell, die über die deutschen Grenzen hinweg bekannt waren. Also wie funktioniert dann Step 2? Also wie Sie, Herr Otto, schon gesagt haben, jetzt geht es ein bisschen technisch. Mal zu sagen, wir haben zwei verschiedene Moden. Zuerst haben wir Single- oder Bulk-Processing entwickelt und hier bieten wir einen Full-Service-On an. Wir kriegen dann alle die Zahlungen in Batches, die werden dann raussortiert und dann weitergeleitet, also nach Empfängerbank und mit Vollvalidierungen. Auf der anderen Seite, mit der Hilfe von unseren deutschen Banken, haben wir einen anderen Modus dann entwickelt, die sogenannte Batch-Processing. Und hier ist die Idee, einen leichteren Service anzubieten, wo die Zahlungen vorsortiert sind. Also wir bekommen die, wir machen leichte Validierungen und dann reichen wir die weiter. Das hilft sehr viel, was Kosten anbelangt. Es ist viel kostengünstiger, so ein System dann zu betreiben. Jetzt. Der Batch-Processing-Vorgang ermöglicht eine schnellere, uneffizientere und damit auch kostengünstigere Verarbeitung von Massenzahlungen. Seine Nutzung beruht auf bilateralen Verträgen zwischen den betroffenen Parteien und bietet den Teilnehmern eine optimale Kombination wichtiger Vorzüge beider Welten. Wie Sie sehen können, also Batch-Processing ist sehr effizient. Also ist auch zu sagen, also zu diesem Vortrag, also wo ich ein bisschen neutral sein soll, zentral, dezentral, bilateral. Also wir haben eine klare Meinung aus EBA Clearing, dass zentral ist effizienter in der Regel. Also kann ich das ein bisschen ohne Vorurteil sagen. Die Key Benefits, also das sind zentral gemacht, das ist pan-europäische. Also wir sind flexibel, wir können die Marktbedürfnisse, also gewisse Märkte schon abdecken, aber wir machen alles, was wir machen, aus pan-europäischer Sicht. Ja, also die Hauptbenefits sind, habe ich schon erwähnt, wie das funktioniert, kann ich dann ein bisschen Zeit gewinnen. Was sind die Benefits einer zentralen Plattform? Auf der einen Seite ist die Oversight und Resilienz einer zentralen pan-europäischen Plattform, können effizienter und kostengünstiger umgesetzt werden, weil die im Prinzip nur einmal oder mehr zentral gemacht werden kann. Die Funktionalitäten, die gebraucht werden, können auf europäischer Ebene finanziert werden, entwickelt werden und dann umgesetzt werden. Und das heißt, es ist kosteneffizienter, auch in der One-Off-Cost, so ein System aufzubauen. Eine zentrale Plattform wie Step 2 bietet ihr Teilnehmern auch einen Multilateral Netting-Effekt an. Und das heißt, es ist Liquidität, Steuerung erleichtert wird, verbessert wird und letztendlich, wenn man für Liquidität zahlen muss, dann auch effizienter wird. Auch wenn nicht. Die Skaleneffekte, wie schon erwähnt, sind wesentlich höher erhöht. Und man kann, also mit weniger Verarbeitungskanäle und Verträge, muss gemanagt werden und muss überwacht werden. Die Anbindung ist netzwerkunabhängig. Wir bieten verschiedene Verbindungsmöglichkeiten an, auch aus Stabilitätsgründen. Und letztendlich ist die Flexibilität des Systems höher, weil Änderungen nur oft in einer Stelle gemacht werden müssen. Ich würde auch hier an der Stelle erwähnen, also es ist nicht auf der Slide, aber wir stellen das zur Verfügung. Wir haben zusammen mit unserem Partner, PPI, ein Dokument gemacht, wo man dann die Kosten der verschiedenen Kanäle und Clearing-Möglichkeiten vergleichen kann. Und das wird auf unserer Website verfügbar sein, innerhalb einer Woche oder so. Jetzt zu den Decentral Processing Models. Also soviel zum Vergleich von zentralen und bilateralen Clearing-Modellen. Wenn wir jetzt als nächstes mit dem Vergleich zwischen zentraler und dezentraler Abwicklung beschäftigen, müssen wir uns zum ersten Mal um die Frage gehen, was heißt das, dezentralen Clearing, was ist zu verstehen darunter. Wir haben ein paar Beispiele hier gebracht. Eines davon ist, man redet immer über Interoperabilität zwischen verschiedenen nationalen Clearing-Systemen, die verbunden werden, die auch in Zusammenarbeit dann eine pan-europäische Effekte darstellen können. Aber man kann auch weitergehen, dezentral oder total dezentral. Man kann auch an Cryptocurrencies oder solche Dinge dann denken, die die zentrale Überwachung gar nicht anbieten, weil alles gleichzeitig dezentral und von allen ersichtlich sind. Aber das ist Zukunftsmusik ein bisschen. Was sind die Vor- und Nachteile von Decentralized Models? Also die Vorteile sind, dass es, wenn es dezentral wird oder je dezentraler sein wird, dann ist ein Point of Failure, also es ist weniger Point of Failure, also sogar nur Single Point of Failure. Es gibt auch die Möglichkeit, die Domestikinfrastruktur zu benutzen, zu leveragen. Und für gewisse domestische oder lokale Bedürfnisse ist es im Prinzip ein bisschen einfacher, dann die einzusetzen. Es hat verschiedene Nachteile auch. Also es ist je nach Land, also es kann auch unterschiedliche Oversight-Regimes geben oder Behörden, wo eine ein Sagen haben. Man kann auch, also je nach Land, also in gewissen Ländern sind es schon von Grundsatz her größer, aber der Skalaneffekt ist im Prinzip weniger, wenn man das so dezentral machen würde. Und es kann auch höhere Kosten wegen Komplexität geben. Es gibt auch andere Risiken, die rauspuppen können, zum Beispiel die Übersetzungsfehler. Und bei denen meinen wir, dass wenn man andere local flavors von SEPA versteht, dann kann es zu, wenn es über verschiedene dezentrale Processing Arms geht, dann kann es zu verschiedenen Transposition oder Translation-Fehlers oder Übersetzungsfehler kommen in gewissen Feldern. Kann auch mit der Zeit zu Standards Divergence kommen. Ist ein Risiko. Und ja, also ist auch hier zu erwähnen, dass je mehr Schnittstellenmaß hat, in der Regel ist das desto komplexer auch. Die Zukunft, ich habe schon erwähnt, dieser Distributed Consensus Ledgers, die Singular Repository mit Bitcoin oder Ripple, die sind vielleicht Firmen, die bekannt sind, die machen sehr viel Umtrieb momentan im Bankenbereich, weiß ich. Die sind überall erwähnt und die wollen eigentlich ein bisschen Disruption reinbringen. Und das ist allen für sich nicht schlecht. Es bringt uns auch zum Denken, also wie können wir unsere Systeme und unsere Services besser machen, so wie für Banken als für Clearing. Gut, letzte Folie. Ein bisschen die Zukunft für UBA Clearing. Also in allem Wunder ist das Thema Instant Payments momentan. Es gibt verschiedene Use Cases, die damit gemeint sind. Es ist nicht überall das Gleiche. Man redet von Cashless Cash zum Beispiel, haben wir auch heute Morgen die Idee, dass man mit Bargeld, also Bargeld verzichten kann. Ich glaube auch nicht übrigens, dass das der Fall ist. Aber es ist auch eine Absicht in Europa, wegen der ERPB in Dezember, wo die auf der Supply-Site eine Herausforderung lanciert haben, etwas zu bringen, die Instant Payments in Europa in Euro unterstützen wird. Wir sind bei EBA Clearing dran, zusammen mit unseren Banken, also die etwa 20, 21 Banken zurzeit, einen Blueprint zu erstellen, wo wir dann über die nächsten Jahre eine Idee haben können, wie wir Instant Payments zum Laufen bringen können. Eine Idee mit diesem Blueprint, also es ist ein bisschen ambitiös, dass wir erste Transaktionen schon in 2017 clearen können, also pilotmäßig. Und dann in 2018 ist die Idee, dass wir dann live gehen können. Also übrigens ist es schwierig zu sagen, dass wir alle Banken also ready sein werden. Aber um das zu ermöglichen, haben wir uns auf der Clearing-Seite uns fokussiert, auf der Clearing- und Settlement-Ebene. Wir unterscheiden zwischen Services und Clearing- und Settlement. Und Services sind eher die Schemes oder die Services, die Drittanbieter anbieten können, die auch den Endkunden betreffen werden. Aber was wir versuchen eigentlich, ist zusammen in Europa ein pan-europäisches System auf die Beine zu bringen, und die dann diese Zahlungen ermöglichen können, standards-konform auf ISO 2022 aufgebaut werden und die unsere Echtseite-Zahlungen, egal was für Typ oder Use Case, unterstützen können. Das ist ein Überblick über EBA Clearing und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herr Litton, vielen Dank. Eine schnelle technische Nachfrage. Entschuldigung, bitte trinken Sie ruhig einen Schluck. Sorry. Welcome. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Erfolgt die Abrechnung bei Ihnen brutto oder netto im System? Sprich, werden Positionen gegeneinander aufgerechnet oder sind es alles Einzeltransaktionen? Nein, es wird letztendlich genettet. Okay. Gut. Dann, wenn ich so richtig raushöre, so die Positionen oder nein, also die Konkurrenz so richtig wollen Sie nicht in den Mund nehmen. Sie wollen eher unterstützend zu den bestehenden anderen Systemen auftreten, leben aber trotzdem doch von Skaleneffekten. Sprich, müssen Sie nicht beispielsweise der Bundesbank Banken wegnehmen auf Ihr System, damit Sie weiter diese Skaleneffekte bieten können und attraktiver werden? Eigentlich nicht. Ich sehe unsere Kollegen in den Zentralbanken als Partner, nicht als Wettbewerb. Aber Sie brauchen die Banken und Sie brauchen die Positionen. Ja, brauchen alle dann gewisse Skaleneffekte, aber Europa ist ganz groß und es kann nicht sein, dass es nur eine gebe letztendlich. Also es wird mehrere geben. Also Wettbewerb ja, Konkurrenz nein? Ja. Nein, nicht. Ganz am Schluss Instant Payments. Heute Morgen, ich weiß gar nicht, glaube ich, Herr Dr. Martin war es oder Herr Massenberg sagte, er befürchtet, dass es bei Instant Payments so ähnlich wie bei SEPA läuft. Andere nutzen die Infrastruktur, die Banken müssen es bezahlen. Sorge berechtigt? Ja, also die Sorge ist immer berechtigt. Also vorher habe ich auch bei einer Bank gearbeitet und ich weiß, wie das geht. Und ich kann das nachvollziehen, wobei, was wir versuchen, ist das ganz auf Clearing-Ebene zu gestalten und die Wettbewerbe, ich meine, hauptsächlich wird auf Endkunde-Ebene stattfinden, ob es ein Paypal oder sonst was heißt. Ja.